Hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 1-1. Hier ist der immer noch ein bisschen erkältete Karus mit einer etwas, also mit einer noch nasaleren Stimme als sonst. Ich bin gerade auf der Jagd nach den, wie heißt es, Obsidian Thronen. Ein ziemlich bescheuert, obwohl naja so bescheuert ist es eigentlich nicht, aber es ist schon bescheuert, wenn ich daran denke, gegen wen ich noch kämpfen muss. Hm, naja, aber noch ist es alles ziemlich leicht. Lo, 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 bin ich hier überhaupt richtig? Ja, ich glaube ja. Gut, hier wandern wir noch um die Ecke und an die nächste größere Einbuchtung. Hi, ist das eine Reiserei? Es sind aber gar nicht so viele Leute mehr dabei. Eins, zwei, dass hier keiner bei ihm noch jetzt steht, ne? Sock, wacke, zockeliwackeli. Zora, Flammenzimmer. Unikat. Ups. Müssen wir hier rein? Ja. Ach, Schade. Ich hasse es. Kai's Trophäenraum. Na, da gehen wir noch hin. Oh. Oh, jetzt kann der Arthur nicht mitmachen. Wie kommt das denn? Na gut. Uhu. Jetzt ist der Arthur nicht dabei. So, ist hier irgendwer Dingens? Nein. Ja, wir machen schnell. Elementarschild brauche ich hier nicht. Machen wir eine Elementarklinge. Ähm. Wupp. Ah. So, ich muss mich jetzt mal gerade ein bisschen bequemer hinsetzen. Moment. Ich glaube, da hört man eh nichts von, hoffe ich. Dass ich jetzt hier so ein bisschen das hin und her schiebe. Ah. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde ich mich tatsächlich erkälten. Da hätte ich jetzt weniger Bock drauf. Ah. Ah, wie bequem man in meinem Stuhl sitzen kann. Los, los. Ich will Tempo sehen. So, passen wir. Ah. Die lächerlichen Angriffe ja immer, ne. Vom Anfang. Die können uns nicht besonders viel alle haben. Ah. Wer levelt hier? Wer levelt hier? Hier mit hier levelt doch keiner. Ich überlege gerade, ob ich darauf antworten soll. Das ist mir eigentlich zu doof. Ja, den wünsche ich mir wirklich. Das ist mir eigentlich. Ähm. Der Arthur hat mir mal so was... Ne, jetzt sitze ich total blöd vom Mikro. Ah, Mist. Der Arthur hat mir mal so viel Kohl ausgegeben, so viele Sets geschickt und nie war der, äh, der, der große Feuervogel dabei. Ha. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Langweilig, oder? Voll langweilig. Total langweilig. Oh, ist das langweilig. Oh, ist das langweilig, so. Du findest einen Teil des Drachenreiterstabs. Ja. Ach, der ist jetzt lieb. Ja. XD. Achci. Newgate-Gefängnis. Hm, ich hab irgendwie keinen Bock. Irgendwie hab ich keinen Bock. Kann man das eigentlich sehen? Oh Gott, jetzt dreht er völlig ab, der Kreis. Ich glaub, ich bin echt am krank werden. Scheiße. Wait, wait, wait. Geben wir erstmal nach. Äh. Hä, hä, hä. Hause. Nom, nom. Ach. Hilfe, Hilfe. Und dann zum Marleybone. Zwo, vier, sechs, acht, oder was? Muss ich doch nicht nach Grisselheim. Na gut, gucken wir mal. Lass uns überraschen, wa? Hull. Wohl. Achso, ich muss doch grad mein tolles Kartenset etwas entschlacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hahaha. Hui. So, where is Newgate-Gefängnis? Newgate-Gefängnis. Region Square. Da oben rechts irgendwo. Oh, guck mal hier. Der edle Hirsch. Was macht ihr denn? Tju, ich bin über den rüber geflogen. Newgate-Gefängnis. Wo ist es nochmal? Ist es bei Scotland Yard? Das habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Also ich fahre mal hier nach Scotland Yard. Könnte vielleicht sein. Ist ja schon eine Weile her wieder mal. Ist alles eine Weile her in diesem Spiel. Ging's hier nicht zum Newgate-Gefängnis? I'm not sure. I'm not really sure, my friend. Aufzug zum Dach. Oh, Moment. Freunde. Knights Court? Nein. Das Knights Court wollte ich nicht. Warum ist das hier so dunkel? Wo ging's denn da nochmal hin? Hier lang? Newgate-Gefängnis. Yeah. Boah, hab ich doch noch richtig im Kopf gehabt. So, und natürlich ist es wieder ganz da hinten. Moxie, Lockpicker-Leri und Gapson-Leri. You fucking fuckers. I've always defeated you. I've already defeated you. Gut, gut, gut. Mensch. So blöde Drache, oder? Kann nicht mal über diesen Huppel da springen. Fliegen. Du, du bist ja so out. Ach, brauche ich eigentlich auch alles nicht mehr, ne? Ach, ich wollte auch noch in die, äh, in, in die Bazar gehen, weil ich ja immer noch Ausschau halten will nach Alteisen. Das alte, leidige Thema. Damit ich endlich mal diese blöden Quests weitermachen kann. Die Handwerker-Quests. Mein Gott, seit wann schiebe ich die eigentlich vor mir her? Seit... Seit... Ach, ich weiß gar nicht, seit wann. Komm schon. Du schaffst das. Ja, du schaffst das. Tag. Herr Officer. Okay, jetzt. Ach so. Oh. Na gut. Oh man, ich bin echt schon gespannt auf die Welt nach Drachenfels. Wenn es dann richtig hart werden soll. Naja, auch damit wären wir fertig. Und... Wenn es mal wirklich so hart werden sollte, dass ich nicht mehr zurechtkomme, dass ich alles nur noch hinbekomme, weil mir Leute helfen, dann muss ich etwas ändern. Vielleicht motiviert mich das ja mal, andere Sachen auszuprobieren, wie Gärtnern, für bessere Goldkarten und so weiter und so fort. Bessere Haustiere, Haustiere trainieren. Aber bisher hatte ich es einfach noch nicht nötig, diese Sachen in Anspruch zu nehmen. Deswegen ist es auch so völlig hinten rüber gefallen. Die wollen einen doch mit dieser Quest definitiv ärgern, oder? Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Es ist eine sehr langwierige und sehr langweilige Quest. Oh Gott, mir fallen gleich die Augen zurecht. Unsere Gruppe hat sich dezimiert. Wir sind nur noch zu dritt. Wie kommt das? Denkt bestimmt, boah Kai, was machst du für einen langweiligen Shit? Was? Gut, auf jetzt. Ja, 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 ja. Die heklische Musik. Die Musik. Die Musik. Oh, der hat ja 1600. Oh. Na gut. Von mir aus. Kann ich mit leben. Oh, das weiß ich nicht. Was haben wir denn jetzt? Mittwoch noch? Fuck, 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 fuck. Nochmal. Ich hasse das echt. Nächste Woche erst. Mit Lili Elfenherz. Ihr seid ja doch neugierig, Leute, ne? Was mache ich denn da eigentlich? Warum habe ich das gerade weggeklickt? Ah. Ach so, doch, der Arthur hat es geschrieben. Oh, ich bin Eroberer der Untoten geworden. Cool. Du findest einen Teil des Drachenreiterstabs. Jawohl. Jawohl. Ich darf 25 Minuten eher. Ich wollte gerade sagen, das ist nur ein Ding. So, jetzt muss ich noch Chelsea-Code. Oh, was hat sie geschrieben? Oh, noch so lange. Ich kann es kaum erwarten. Chelsea-Code. Wie geht es denn da nochmal hin? Überleg, 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 überleg. Ich komme nicht drauf, dude. Chelsea-Code. Ich könnte auch einfach auf die Mappe gucken, ne? Auf die Mappe vor allem. Auf die Map. Chelsea-Code. Oh, es ist da. Oh, es ist da. Right over in der leften. In der leften. Hey! Hö? Hö? Hehehe. Hallo? Was war das denn, ob es schön ist? So, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, äh, ja. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!